Ich bin Johannes Feerst, ich bin 19 Jahre alt. Mein Name ist Patrick Miedersch. Mein Name ist Lorenz. Ich bin Tobias Geppert. Ich bin auch nicht so nerdig. Ich bin Milan und ich mache jetzt seit einem Jahr das Dual-Elektrotechnik-Studium bei Siemens. Ich bin bei Siemens Mechatroniker in der Ausbildung. Ich bin jetzt Anfang des zweiten Lehrjahres und ich habe heute einen Filmdreh mit Siemens. Ich spiele einen Influencer für Essen. Wir sind die Gamechecker 2000 und werden ein ultimativ gutes Spiel heute präsentieren. Ich bin gerne bei Siemens, weil man ist sehr flexibel, man hat eine super Betreuung und man hat definitiv Spaß. Sachen erschaffen, die funktionieren quasi durch Magie, durch die Elektrizität. Ich glaube, es ist die Zukunft, die da drin steckt. Das ist eigentlich was für jeden und sehr abwechslungsreich. Und ich wollte unbedingt einen Beruf mit Zukunft haben und deswegen habe ich mich dafür entschieden. ARD Text im Auftrag von Funk